Die wichtigste Indikation ist für mich eben, dass ich in bestimmten Situationen einfach vorbeuge, dass es da überhaupt nicht so ein Problem gibt, das kommt, das ist ja für mich ganz wesentlich. Wenn ich weiß, wenn ich das gebe, beim Sommereczema, das ist ja wirklich oft erstaunlich und schwierig zu behandeln, also dort kriege ich das automatisch dazu und verlange das selber schon. Gerade das ist so eine Situation, die Sommereczema, wo ich schon im Februar anfange zu behandeln, weil man weiß, die Hauptspitze kommt schon ab Mai oder Ende März, was immer wärmer wird. Und wenn ich da schon rechtzeitig begonnen habe, ist das optimal für die Tiere und die Besitzer. Mein Pferd bewusst versorgt Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com www.gladiatorplus.com www.gladiatorplus.com